Moinsen Leute, Willkommen zurück bei Life is Strange. Ja, wir sind jetzt dann wohl in den äh... Der ist hier drin, oder? Achso, ok, hätte sein können, wegen Strettereien. Äh, in den... Bigfoots got big balls. Ah, ja. In den, ähm... Männerwohnheim. Ah. Ja. Denk ich mir auch mal so. Abgeschlossen. War klar... Alles klar. So geht's natürlich auch. Wow. Oh. Oh Gott. What the fuck? Now I need to find... Yes, I would be cool with having this high tech projector. Drei Player. Möch' ich jetzt nicht an... Das ist so Chloe. Hey, also, wenn du... Ah, das ist... Oh mein Gott. Chloe. Wow. Das Bild ist krass verstörend. Die Augen... Sind das krass mit an diesen Bilden. Diese Embryo-Haltung. Wow. Oh. Whale-Songs? Maybe this is the only soothing thing, Nathan ever hears. Okay, du sagst, dass da jetzt irgendwas verstörendes drauf ist. I don't think one book can guide the Prescott's. Alles klar. Oh, die streiten sich da wie Sau, ey. That's a nice shot. It's so damn creepy, but... The guy has his own style. Boah. Tote Tiere zu fotografieren. Muss nicht sein, glaube ich. Was haben wir da? That monochrome camera is brand new. And cost about six grand. Pastor. I thought Victoria had the photo bling, but... Once again... The Prescott's rule. I don't think this prescription has helped, Nathan. Pillen? Was haben wir hier? I'd cry too, if I had him for a father and had to wear that suit. Hahaha. Nathan is way into this party. Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Don't fuck it up. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. And far away. In Brasilien is she? Yes, Nathan sure needs Diapillen. This is strong stuff. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. Oh shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... David? Eventuell. Nathan likes his tortured subjects. Way too much. Definitiv. These films all have a dark pattern. Was haben wir da noch? Kreuz? Ne. Why? What is with this dude? Oh man. That dickhead stole one of my selfies. Types. Äh. Der Typ ist leicht... Wirklich leicht creepy. Was haben wir... Nathan Prescott. Jaja. All American Team. Best boobs. Jawoll. Oregon's. Best boobs. Naja. Warum nicht. Warum nicht. Was haben wir da noch? Kratzspur. Das ist zur Seite geschoben. Vom Sofa. Würd ich mir so stumpf behaupten. Let's find out what you're hiding. Klippt was dran? Oh yes little phone. You are mine now. Das Foto. Now I have Nathan's phone so I can show it to Chloe. I can show it to me. Before Nathan comes back. Yep. Schnell 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 zurück. Schnell schnell zurück. Damn Max you're finally back. I got worried. So what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom Nathan. We got you by the balls fucker. Haha. Uh oh. What are you doing in my dorm? Uh oh. You're such a nosy bitch Max. Stop right there Nathan. Make me hoe. Max. I got this. Get the fuck out of my face. Woah boring. Oh my head. Why are you looking at me like that? Oh my head. Why are you looking at me like that? Huh? You. And you. You're all dead. Let's go. Now. Plus. My dad is on his way. You're all fucked. He owns you. Ja. Aber ja. Ich mag es einfach nicht. Wenn. Leute. Am Boden liegen. Und halt noch getreten werden. Das kann ich überhaupt nicht ab. Das war intensiv. Warren. Thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. Uh. So maybe you better. Um. Warren. Me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse. I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes. You are. Yeah. It's actually a cool sock. Man, that guy is so fucking in love with you. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? No. Frank always answer when he wants money. Okay. Like I said. Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Frank. Ich habe ein bisschen Befürchtung jetzt, äh. Ob er nicht uns irgendwie verschleppen könnte. Oder einfach was anderes antun könnte. Ich traue dem Frank nicht unbedingt über den Weg. Und die Fahle so zu sehen, ist auch kein sehr schöner Anblick. Das muss auch wirklich nicht sein. Okay, wir sind da. Hm. Was war denn für ein Code, nochmal? Ja, ist schon so lange her, die dritte Episode. Da habe ich das gerade nicht mehr ganz so in Erinnerung. Selbst mit diesem Previously. Ist mir irgendwie doch relativ viel entfallen. Okay, schauen wir uns mal um, was haben wir hier so alles? Da ist ein Fleck. Nicht, dass die Tiere auch schon tot sind. Stopp, Panda-States. Ist wahrscheinlich besser so. Na, hm. Ich will immer schnell laufen. Aber irgendwie... Haut das überhaupt nicht hin. So... Müll? Ach ja, ach so. Das sah gerade so aus wie... Einfach nur wie Stein. Mit einem gelben Band dran. Ja, toller Lebenssinn. Ja, toller Lebenssinn. Oh, fresh meat. So, Pompadou muss be okay. Ah. Stimmt, da war ja was mit dem Hund. War ja nicht so... So... Schön. Oh, schau. Die Wunder-Twins. Ja. Sie sollte sich allein kommen. Sie ist mein Partner. Ja, wir sind die Körper. So, let's get the business. Where's my fucking money? Ja, gut. Das schaden mir Blackwell. Quasi. Wir müssen es hingeben. Aber ist mir egal. Das ist mir relativ egal. Oh, ich danke dir. Das war nicht so hart, war es? Und lass uns nicht mehr Business wieder tun. Jetzt, wenn du mich entschuldigst. Frank? Können wir dir ein paar kurze Fragen stellen? Du hast ein paar sehr blöde Lady Balls. Lady Balls, sehr geil. Nein. Jesus, okay. Okay. Nein, das sagt er auch keiner. Frank? Wir sind nicht hier, um hoch zu werden. Nein. Du siehst nicht wie der Typ. Nicht wie Chloe hier. Also, was wollen Sie, die Harte-Jäuser? Nur die Namen von... ...nach von Ihren Klienten. Oh, ist das alles? Oh, warum hast du mir nicht gesagt? Wie bitte, ich gebe dir die Schläge zu meinem RV, während ich da bin. Okay. Hilfvoll, tut es leid. Er hat es schon getan. Es tut uns leid. Schönen Sie, Frank. Ich bin entschuldig, dass du so ein Nussens, aber das ist wichtig. Ja, 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 alles ist wichtig in diesen Tagen. Truly. Aber ich kann sagen, dass du mir nicht überraschst. Es gibt kein Zeitpunkt für das, Frank. Ich brauche nur ein bisschen Informationen. Ja, 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 es beginnt immer mit nur ein bisschen. Und Chloe hier weiß alles über das, nicht? Komm, Frank, das ist nicht über mich jetzt. Ja, genau, okay. Ja. 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 Ich brauche es, also direkt offensiv zu sein. Wow, hey, 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 komm mal runter. Geht das schon wieder los? Das ist natürlich nicht so geil. So geht es schneller. Okay, also diese Frage darf man definitiv nicht stellen. Wir müssen echt weit runter zurückspulen. Ach du, oh, hups, jetzt sind wir natürlich derbeweil zurück. Äh, achte drauf, was sie sagt. Ja. Please watch your mouth. You have no social skills here and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. Okay. So. Erstmal das Geld geben. So. Close the door. Kein Fight. No weapons. Äh. Ja. Kein. Haha. Mach mal, liebe Tutsu. Frank. Uh. Your dog is kinda scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog. That figures. Mach sie zu. Das ist natürlich sehr schön. Perfekt, ehrlich, seine Knauze. Können wir eventuell ein bisschen besser handeln. Okay, there. You're safe. Now, what do you want? Just the names of... Oh, is that... Kennt man auch? Wollen wir wieder, I'm sorry? Ja, ja. There's no... So. Come on, Frank. This isn't about me now. Yeah, right. Okay. Both of you... Frank. So. Oh, yeah. I... Oh, wie viel noch? I... Dude. She's freaked out. We're only here to talk. Shit, you... Okay. Das wurde, glaube ich, ganz gut. No. That's... Maybe we... So. So. Gucken, ob sie nämlich jetzt was anderes sagt, ohne dass er so ausrastet. Aber da ist er ausgerastet, weil wir das gelesen haben. Aber wir können die Zeit da eben wieder zurückspulen. Ih, hä, hä, hä. Häh, hä, hä. leh. He, hä, hä. Hähä. 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 Hä? He, hä. Fé, hä? Oh, Frank. Let's just talk. Okay. Oh. Oh, das ist natürlich schon ein bisschen krasse gewesen. Junge, Junge, Junge. Zurück kommt der gute, brave Hund nicht rausgelaufen. So, ich denke mal, jetzt wird gespeichert. Sag ich doch, ich mach hier Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, belohnt mich doch ruhig mit einem Daumen nach oben. Und schau beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin, macht's gut.